Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ja, vergeht in letzter Zeit ein Morgen ohne Transfergericht? Nein, und so ist es auch heute. Wir haben das nächste Transfergericht, einen sehr spannenden Kandidaten, weil es eben diesmal mal nicht um den Sturm geht, sondern um das Mittelfeld, um eine Position, wo man ja bei Werder schon gehört hat, dass man sich auch verstärken möchte. Auch gerne mit einem Perspektivspieler, also einem jüngeren Spieler. Und hier haben wir jetzt Kaishu Sano. Wunderbar, Nico Namen, aber diesmal finde ich, habe ich es eigentlich ganz gut ausgesprochen. Und zwar gibt es jetzt Gerüchte, beziehungsweise gab es auch einen Artikel, der schon geschrieben hat, dass wir bereits mit seinem Club Kashima Antlas am Verhandeln sind, was schon deutlich mehr wäre als nur einfach ein Gerücht, wenn das stimmt und wir wirklich da schon in Verhandlungen sind. Passen würde es auf jeden Fall zum Profil, was Werder ja sucht im Mittelfeld. Ich zeige ihn euch gleich, den guten, ich habe mir ein bisschen was von ihm angeguckt, auch sein Scouting-Profil rausgesucht. Und ihr könnt schon mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Lasst doch gerne schon mal ein Däumchen nach oben da, würde mich wahnsinnig freuen. Lasst uns doch einfach mal, machen wir 600 Likes für sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen. Bayern, Freiburg, this is it, meine Freunde, das kriegen wir hin. Dann gerne auch ein Abo da lassen und dann starten wir hier rein in die Nummer. Ganz liebe Grüße gehen übrigens auch nochmal raus an Leon, meinem fast schon Transferberater, kann man so sagen, der mir gefühlt jeden Artikel schickt, wenn irgendwo was in irgendeiner Weise mit Werder zu tun hat. Also auch natürlich noch viele andere, aber bei Leon ist es immer so, tak, 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 der ist dann da. Zwei Minuten raus, ist da. In der Nacht, um ein Uhr morgens, hätte ich dieses Video aufnehmen können. Liebe Grüße an Leon. So, Kaishu Sano, da gehen wir mal rein hier. So, spielt in der J1-League, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ich glaube, J1-League, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, japanischer Nationalspieler, Hauptposition 6er, 1,76 groß. Jetzt würde man ja auch denken, mit 1,76, oh, weiß ich nicht und so. Ey, lasst euch mal überraschen, seine Luftwerte sind echt gar nicht mal so verkehrt. Vertrag bis 2,25 und ist aktuell auch bei seinem höchsten Marktwert angekommen, nämlich bei einer Million. So, hat in der japanischen Nationalmannschaft drei Länderspiele gemacht, eins davon erst im Januar. Und zwar ist ja auch gerade der Asien Cup und dort hat er auch gespielt gehabt. Und zwar hat er beim 4-2 gegen Vietnam gespielt, ist eingewechselt worden. Gegen Irak gestern ist er draußen geblieben, also da ist er nicht reingekommen. Aber, ja, zum Beispiel, wo ist denn sein dritter Einsatz? Ja, finde ich gerade nicht. Aber er hat zum Beispiel auch gegen Wissl Kube gespielt, dem Klub von Iniesta, wer den noch kennt. Genau, der ist hier auch am Start. Freunde, ich zeige euch jetzt mal den Originalartikel, den werdet ihr sofort lesen können, oder? Also, ich weiß nicht, muss ich den jetzt echt für euch übersetzen? Finde ich eigentlich nicht, oder? Das passt doch so. Das ist der Artikel. So, ich finde, das könntet ihr jetzt auch mal selber raussuchen. Nein, Spaß beiseite. Hier geht's weiter. Und zwar ist das der Artikel in Kurzform zusammengefasst. Asien Football News hat das Ganze danach gepostet. Also, wieder unabhängig von dem anderen. Und hat geschrieben, in Deutsch übersetzt. Werner Bremen verhandelt mit Kashima Antlas über den Mittelfeldspieler Kaishu Sano. Mitglied des japanischen Nationalteams im Asien Cup. Weil er eben gerade mit unterwegs ist beim Asien Cup. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange der geht. Ich glaube, dass das auch in so eine Richtung Mitte Februar war. Das heißt, tatsächlich wäre er für uns nicht sofort verfügbar, sondern halt nach dem Asien Cup. Aber gut, den Transfer vorher könnte man ja trotzdem schon eintüten. Das muss man ja auch dabei mal erwähnen. So, jetzt habe ich mir den ganzen Mal angeguckt hier, den Kaishu. Und tatsächlich, als Sechser passt es zu diesem Profil einfach. Er kann nämlich auf der Achterposition und auf der Sechserposition spielen. Und hat da auch eben die allermeisten Spiele gemacht. Also, in seinem kompletten Scouting-Profil haben wir über 2000 Minuten. Das ist der Spieler jetzt mit den meisten Minuten in dem Profil tatsächlich. Was Sie uns anschauen können, was ich erstmal per se ganz gut finde. Trotzdem einmal zur Grunderklärung. Als Profi hat er im defensiven Mittelfeld 115 Partien bestritten, sieben Tore dabei erzielt und drei Vorlagen. Als Profi hat er weiter im linken Mittelfeld elf Spiele absolviert. Im zentralen Mittelfeld zehn Spiele dabei zwei Tore und eine Vorlage erzielt. Und sieben Spiele auch auf der rechterteiligen Position ausgeholfen. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr krass, wie vielseitig er dann auch eingerechnet worden ist. Also, links-terteiliger, rechts-terteiliger, Sechser und ZM. Man muss dazu aber sagen, dass die meisten seiner Spiele in der zweiten japanischen Liga waren. 116 an der Zahl und 27 jetzt eben bei der ersten. Wie gesagt, er ist jetzt gerade bei seiner Karriere hoch, hat sich aber in der ersten Mannschaft etabliert. So, und jetzt gehen wir mal auf den ganzen Jungen drauf. Und da sehen wir jetzt mal hier, Kaishu Sano in 27 Spielen, 23 begonnen, 2152 Minuten auf dem Spielfeld. Rating 7,15. Ich glaube, das ist sogar das beste Rating. Also, Mittelfeld auf jeden Fall das beste Rating, was wir bis jetzt uns angeschaut haben. Hier mit dabei auch in der japanischen Nationalmannschaft drei Einsätze. Und guckt mal hier oben, 95 Prozent gewonnene Luftzweikämpfe mit 1,76. Das ist auf jeden Fall mal wirklich nicht so verkehrt. Hier wird er sogar genannt als primär zentraler Mittelfeldspieler mit defensiven Anlagen. Und eben als andere Position defensiver Mittelfeldspieler. Also hier eher Hauptposition 8er anstatt 6er, was ich auch sehr interessant finde. Und wenn wir jetzt mal auf die Stats von ihm einfach draufgehen, dann sehen wir auch hier bei Schüsse, also bei den offensiven Sachen, da ist er eher mehr oder weniger raus. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Bei Torvorlagen ist die Statistik, die gut für ihn ist, erfolgreiche Pässe. Was prinzipiell gut ist, auf der 6 auch ein Spiel öffnen zu können. Denn die Passgenauigkeit mit 82,6 Prozent, die ist auf jeden Fall mal nicht so verkehrt. Das kann man definitiv so sagen. Genauigkeit bei langen Bällen wiederum 38 Prozent heißt entweder, er schlägt sehr viele und da kommen nicht so viele an. Oder er kann die einfach nicht. Das muss man halt einfach mal, ja, das kann man jetzt hieraus natürlich nicht lesen. Erfolgreiche Dribblings in Quote 62 Prozent, finde ich ganz gut. Das ist nämlich eigentlich immer der Wert, wenn du selber nach vorne marschierst, wenn er da 62 Prozent gewinnt, ist das mal zumindest nicht so verkehrt. Ja, würde ich auf jeden Fall mal so stehen lassen. Und dann kommen wir eigentlich zu den wichtigsten, und zwar die Verteidigungsstats. Und die sehen eigentlich ganz ordentlich aus. Erfolgreiche Ballabnahmen, fast 70 Prozent, also jedes Mal, wenn er versucht hat, einen Ball abzunehmen. In 27 Versuchen hat er fast 70 Prozent davon auch den Zweikampf gewonnen, beziehungsweise den Ball erobert. Das ist erstmal die. Und von gewonnenen Zweikämpfen, 144 an der Zahl, insgesamt von den Zweikämpfen, die er geführt hat, hat er 58,1 Prozent gewonnen. Also die Hälfte wieder in der Luft, hat er 45 Zweikämpfe bestritten und davon 59,2 Prozent gewonnen. Wie gesagt, für seine Körpergröße ist das wirklich gar nicht mal so verkehrt. Auch bei abgefangenen Bällen, abgewährten Bällen hat er gute Statistiken. Wenn man sich den so anguckt, ich habe tatsächlich jetzt wenig von ihm gesehen. Das, was ich gesehen habe, fand ich schon, dass er irgendwo ein Stück weit klein und wendig auch war. Also 1,76, scheinbar aber so ein 1,76, wie soll ich sagen, kann man sagen Kampfschwein, ohne dass man das jetzt beleidigend wertet. So eine Kämpfersau, so haben wir damals immer gesagt am Fußballplatz. Weiß nicht, ob das jetzt hier so zutreffend ist. Ich kann es mir zumindest so in so einer Kategorie vorstellen. Also er ist prinzipiell ein schlanker Typ, du siehst schon, dass er halt auch 1,76 groß ist, wenn man sich die Highlights mal anschaut. Auch körperlich so, aber robust in den Zweikämpfen, so kann man es glaube ich ganz gut wirklich sagen. Ja, das finde ich ist eigentlich somit die treffendste Beschreibung. Hier sehen wir auch nochmal, das ist der gute Mann. Da seht ihr dann auch ein, zwei Bilder, könnt ihr euch hier gerne mal anschauen. Ja, das ist jetzt unser Transfergerücht am Morgen. Was sagt ihr zu dem guten Mann? Sechser ist erstmal eine interessante Position. Finde ich schon irgendwie krass, dass wir jetzt irgendwie viel mehr scheinbar in dieser Saison im südamerikanischen und auch im asiatischen Bereich scouten. Auch im amerikanischen. Also das sind eigentlich so die Gerüchte, die wir bis jetzt irgendwie immer bekommen. Ist vielleicht alles unter Jans. Es kann natürlich echt sein. Wir haben ja nun mal einen neuen Scouting-Chef. Und wenn Jans gesagt hat, er will das ausbreiten im asiatischen Raum, im südamerikanischen Raum, weil man eben dort vielleicht auch ein, zwei günstigere Spieler holen kann, also für Werder-Verhältnisse, muss man da ja auch immer drauf schauen. Und trotzdem, wenn man die gut scoutet mit viel Talent, kann das gut für uns sein. Also, ich vertraue hier ganz auf Jans. Finde den Jungen erstmal per se interessant. Ist natürlich auch schon 23. Ja, warum nicht? Wenn man da was drin sieht, scheint auf jeden Fall vom Preis ab zu in Ordnung zu sein. Dann fände ich das eine spannende Nummer. Schreibt doch mal rein, was ihr dazu sagt. Lasst gerne alle nochmal einen Däumschlag oben da. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico. Wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Und ciao, ciao.